Oh, wow! Jo, mein Lieben, schau, was? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir spielen wieder mal Ender Games, nachdem es das letzte Mal so krass durch die Decke gegangen ist. Und danke für das enorm krasse Feedback unter der letzten Folge. Also danke für... Boah, zum letzten Stand 97 Klicks. Also danke auf jeden Fall. Wusste gar nicht, dass so viele von euch noch Ender Games gucken. Wird auf jeden Fall öfter kommen, Leute. Und zu diesem Anlass habe ich mir ein schnickes Kit geholt. Und zwar spielen wir heute mit dem wundervollen, mit Balsam geschmierten Trecker-Kit. Die Fähigkeiten. Du kannst durch den Kompass 2.0 sehen, welches Kit und wie viele Herzen Rüstungspunkte ein Gegner besitzt. Die Ausrüstung ist der Kompass 2.0 plus die Lederjacke. Das hört sich ja schon mal ganz interessant an. Wird das nicht so den großen Vorteil geben. Aber ich denke mal, das wird ganz fresh. Viel Glück und viel Segel auf allen... Okay, ich höre schon auf. Okay, Leute, interessant. Das heißt, wenn ich jetzt hier links-klick oder rechts-klick drauf mache, dann nehme ich hier unten sein Herzen. Und wie viel er entfernt ist und was er für ein Kit hat. Okay, finde ich interessant. Also, auf jeden Fall anders wie Thomas. Oh, Leute, wollt ihr auch meinen Shader haben, den ich gerade benutzen? Also, bei 50.000... Okay, ich höre auch. Wow. Dass ich jetzt gerade in der Sekunde, in der ich craften wollte, teleportiert wurde, finde ich nicht so gut. Ey, der verfolgt mich, Leute. Wie hat der mich jetzt bekommen? Äh, das fragt man sich nachher, dass ich immer woran gelesen habe. Lol, die haben bei Ender Games die zweite Reihe Schilder weggenommen. Vielleicht war das ganz klug, weil es spielen hier sowieso nicht mehr ganz so viele Leute Ender Games. Alter, Leute, 19.000 Leute in der Runde. Shit, wie kann sowas denn nur sein? Okay, ich habe nichts bekommen aus dem Wassereimer. Da ist ein Typ, den schnapp mich nicht. Hä? Der hat sich einfach ausgelockt. Skandalös. Ja, da haben sie recht. Okay, der nächste Gegner ist 29 Blöcke von uns entfernt. Irgendwie glaube ich, dass er mir gleich in den Rücken springt. Da ist er. Und der ist ganz gut equipped von dem. Deswegen halten wir uns mal von dem fern. Das war eine ganz knappe Aktion. Bitte, Ender Games. Portet nicht einmal, wenn ich es brauche. Bitte. Bitte. Ich brauche gerade nur ein... Das war's. Vorbei. Vielleicht. Wenn ich hier noch ganz klug diese Kopfhäuser setze. Dann ums Eck geht. Hier dann die Lava reinsetze. Dann hier nochmal Wasser reinsetze. Und dann geportet werde. Oh mein Gott, Alter. 2000 Jahre später. Nein. Fuck. Der will Rache. Der will Rache. So eine Scheiße, Mann. Komm. Komm, Alter. Bester Mann. Bester Mann, oder? Bing. Und I was bangin' zusammen. Junge, 25 Blöcke. Was sind das immer hier für Hardcore-Sweater? Lass mich in Ruhe. Ey. Ja, Mann. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft zu flüchten. Junge, was sind wir eigentlich für Pro-Spieler? Ja. Junge, komm. Ich kann nicht mal mehr die Scheiße hier setzen, Digga. Kommt. Hier TNT noch. Kommt. Hier noch ein bisschen. Und jetzt drücke ich in die Hardcore-Combo. Ach, hör mir auf. Ich höre jemanden schon von hinten anschleichen. Was ist das für ein Scheiß, Mann. Ja, Mann. Hör mir auf, Digga. So eine... Mann. Nein, der TNT an der Schnauze. So, Leute. Es soll auch von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.